Unsere Thermomatten werden je nach Fahrzeugtyp einzeln spezifisch angepasst. Anschließend erfolgt ein passformgenauer Zuschnitt. Jede einzelne Thermomatte wird von einer Mitarbeiterin zur anderen Hand in Hand weitergegeben. Um eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen, setzen wir bei einigen Arbeitsschritten auf moderne Maschinentechnik. Alle Thermomatten sind bei uns in der Oberpfalz hier handgefertigt. Auf die Qualität und Passform unserer Produkte sind wir aus diesem Grund besonders stolz. Das war die Qualität und Passform unserer Produkte sind wir aus diesem Grunde und Passform unserer Produkte sind wir aus diesem Grunde und Passform unserer Produkte sind wir aus diesem Grunde.